Hallo Leute und Willkommen zurück zu VTBs TheUltimate mit Stefan. Hallo Flo. Hi. Ja, wir sind heute nur zu zweit und ich muss mal ganz kurz... Sagen wir bitte was. Hallo. Okay, ja passt. Gut, also was haben wir uns für heute vorgenommen? Also wir wollten eher zeitlich sein, glaube ich. Genau, jetzt versuche ich nur, ob ich den Zaun abbauen kann. Also, nee, geht noch immer leider nicht, aber passt schon. Das sieht eigentlich nicht so aus, nee. Total, alles gut. Wir wollten allerdings, wir wollten einfach eher zusammen für Maschinerie schon zum Anfang, für den Generator. Genau. Achso, und ich weiß nicht, habe ich das Dach fertig gemacht. Äh, da fehlen noch Holz. Da fehlen noch Holz. Da fehlt noch Holz, glaube ich. Ah ja, und da oben auch noch Treppen. Ja, machen wir das. Äh, nicht Steinhütte. Ist klar. Nein, doch nicht. Ich habe eine fette Höhle, da können wir dann farmen, wenn du, oh lol, schau mal, Spechter schon alles hat. Moment. Ach du Scheiße. Oh lol, das Zucker, alles. Okay, es ist. Gott, die haben schon alles abtragen und wir noch nicht. Hm. Sind wir noch nicht fertig? Ne. Unser Grundstück ist auch tiefer als das. Wir vergleichen. Wirklich. Vielleicht machen wir hier Treppen oder so runter, oder? Wir brauchen Minion Shards, hat der in die Kommentare geschrieben. Ja, das ist ein guter Tipp gewesen, dass wir den Minium Stone ziemlich schnell bekommen. Ja. Ist eine gute Idee. Also, wir brauchen Monster, aber zuerst würde ich mal sagen, dass wir auch farm. Ja, und ich mache noch kurz das Dachfertige, da baue ich noch ein bisschen, ein paar Steine. Und dann kann man loslegen. Ja. Oh, achso, das habe ich gegeben damals. Ach ne Eisenspitzhacki, auch hast du noch Eisen? Ich glaube, ich hatte noch nie Eisen. Also, hier im Projekt. Ah, da, Xyro, äh Flo, bitte. Schau mal, ob du, ne, 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 scheiß auf, ja auf Xyro, aber schau mal, ob du das auch sprechen kannst, da? Hinter dir habe ich es da hingeworfen, nehm es auf und jetzt probiere es auch auszusprechen. Da, Xy, warte mal. Xy, 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 Xy Chorium, äh, was weiß ich. Auch schwer, ne? Für, was ist denn das eigentlich da? Da, Xy, 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 Blok davon habe ich auch blau und so auch, aber Xychorium und ach kein Blank ist auf jeden Fall so schwer Ah lol so scheiße Schau mal wie das ausschaut WTF Was ist das? Einfach ein Blok? Xychorium ja, das habe ich daraus gekraftet Okay Das sieht aber geil aus Is very girl Ich bin schon wieder zu klein für das Zündigte Ich bewege dich sogar, ne? Echt? Ah scheiße Mir fehlt hier ein bisschen der Mod, den ich sonst installiert habe Welche? Ich weiß nicht wie der heißt, dass man Wenn ich jetzt auf Holz, wenn ich das jetzt abbauen will Und ich habe eine Axt im Inventar, dann switcht er sofort auf die Axt Das habe ich im normalen Mindcrief, da habe ich das installiert Weil es ist einfach nützlich Für einen Eimer Eisen habe ich drei, aber daraus sollten wir die Spitzhacke craften, sollten wir Diamanten finden Das stimmt auch wieder Naja, dann müssen wir mal suchen Was buchen? Ja, buchen Urlaub Holz lege ich nicht in die Kiste, falls du noch brauchst Ja, ich habe das jetzt eigentlich fertig Nur, ah ne, das sieht aber scheiße aus Können wir schon kein Fluff haben? Ich glaube ich hau noch kurz was raus, weil das gefällt mir nicht Das sieht mit dem umverarbeitenden Holz, ich habe mir das schöner vorgestellt, aber das sieht von außen ein bisschen scheiße aus Auf deutsch gesagt Ich könnte da eigentlich auch ein Fensterrennen machen, oder? Ah, nix weg und sag ja, ich renne schon mal zur Farm Also so habe ich das genannt, lol da gibt es auch was Wo ist denn die überhaupt? Sehst du mich? Bin 60 Meter von dir entfernt Da gibt es auch eine Höhle Ich komme da gleich mit Toll, die habe ich ja nicht gesehen, ok, dann lass mal in die dann gehen Zuerst lege ich noch ein bisschen was ab Was ich jetzt nicht mitnehmen will Bist eine kleine, glaube ich Ich habe ein bisschen Holz in mich mit So, sichert Ja, bitte nie Mabel gibt es da auch Mabel? Der weiße geile Stein hat Das ist eine librische Der ist Kohle bei dir Ja und Marble ist in der Wand Ja was sind denn das für Infused Earth Dings oder so Die Earth Schuh oder? Fürs Zaubern, glaube ich. Ah ja, aber das machen wir erst immer. Also, das haben wir gesagt, wenn wir... Hallo, Floh, schau. Hast du Fackel mit? Eine. Eisen! Komm mal mit. Moment, ich sammel sie. Kupfer. Kupfer, okay, das ist auch gut. Das ist der Wichtigsten. Und Kohle nehme ich auch gleich mit. Da hast du mal 10... Da, schau, ich gebe dir noch 10 Kohle. Mach mal bitte Fackel. Ja, fast ein Stack. Gibt es noch die Hälfte? Hälfte, Hälfte, ja. Ich höre Lava. Lava? Ich glaube. Lava nicht, ich scheiße. Und da kommt eine Spinne. Und ich habe kein Schwert, scheiße. Ich habe Schwert, ich habe Schwert. Das ist jetzt runtergefallen. Wollen wir denn hin, wo sieht es einigermaßen gut aus? Da hoch, oder? Warte, ich nehme... Alles an Eisen und Kohle würde ich mitnehmen. Was ist das bitte? Dark Zykorium? Oh, egal, das nehme ich auch mit. Das kann man nämlich geile Blöcke irgendwie bauen. Nimm dieses Zykorium auch mit. Das ist wieder Eisen. Das ist ja schon mal gut, weil Eisenwerkzeug... Ja, 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 beruhig. Kupfer ist wichtig, Eisen, Redstone. Ist das hier Kupfer? Ich glaube schon, oder? Kauppauer, ja. Oh, ich habe es oben gehört. Hinter mir. Warte, habe ich eigentlich diese... Die Brightness da hoch, dass ich wenig... Ah. Achso. Stell es höher. Stell es höher. Wo war das? Options. Video Settings. Ich dachte, das Mobpack wäre so dunkel. Nein. Nein. Oh, da ist wieder Kohle einigermaßen. Au. Du darfst nicht in die Kristalle rennen. Hä? Warum? Ich habe gesagt, au, du darfst nicht in die Kristalle rennen, weil sonst stechen die dich. Also du verletzt. Also du verletzt. Okay. Du kriegst Schaden, okay. So, jetzt. Eisen. Very, very viel Eisen. Much Eisen. Very, very viel Eisen. Ach, gute Scheiße. Ja, Kupfer ist eh gut. Also wenn wir davon viel haben. Ich glaube, das ist Ting gewesen, oder? Ting ist auch wirklich. Ja. Ja. Oh, wir sind da. Okay. In der Gelände. Ja, wir haben uns gedacht, wir fangen an mit Strom. Ja. Und dann sehen wir weiter. Unten gibt es nichts mehr. Komm, geh in die nächste Öle. Moment, ich nehme hier noch Kohle mit. So, behind you. Also jetzt schon nicht mehr, wo es rausgeht. Achtung. Du hättest jetzt runterfallen können. Oh, lol. Da geht es auch noch weiter runter, ne? Wow, what the fuck. What the fuck. Das habe ich nicht so. Ach, du Scheiße. Was ist das? Das ist ziemlich groß. 100 zieht ist unnötig, glaube ich. Ich nehme es trotzdem. Oh, das ist Redstone. Echt? Ich habe eine Eisen-Spitzhacke. Gut. Red-Xychoreum. Xyro-Xyro-Xyro. Oh, Xyro-Xyro. Ja. Hallo. Hey. Wow. Wow. Oh, man. Ich habe so ein Kristall gehandelt. Ja. Was ist das? Greens auf 4, kann ich den mit denen haben. Monazid? Monazid, ja, ich hab's einfach mitgenommen. Schau's drauf. Was ist das? Genau, für was das gehört. Den. Den. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal craften, weil meine Spitzecke ist bald kaputt. Eine auch. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch Eisen schmelzen, damit ich eine Eisenspitze gebe. Warte, ich komme. Hey. Das sind Scharts. Wie viele Scharts. Das hört sich auch wie Scharts. Wow. Ist das Dias? Ja, ich glaub. Achso, hier gibt's kein Optifan. Ich folge dir unauffällig. Wirklich, ja. Ist es geil. Einfach in der dritten Folge. Genau, dritten. So, ich muss jetzt mal ein bisschen craften. Hab' ich. Bin nach Höhlen, hab' fast kein Kabelstundes. Ungewöhnlich. Text Dias. Gut. Mach' ich jetzt, sonst stirb' ich. Ja, SR macht was kannst. So, Werkbank. Ich weiß jetzt. Jetzt haben wir Dias, aber wir haben noch immer kein Uranium. Ah, kein Dings. Kein. Kein. Kein Dings. Dings? Redstone, Redstone, Redstone. So. So, ich mach mir jetzt kurz. Naja, also Spitzhecke. Heinz. Hast du auch Kabelstone? Äh, Kabelstone. Kannst mal ne schnell machen. Was? Spitzhacke. Was, Kabelstone? Ja, ne Stein halt. Ja, kann ich machen. So. Da gibt's noch so viel zum zu entdecken und zu erforschen. Wunder zieht nämlich nicht mit und deine Spitzhacke ist broke. Ja. Hast du mir schon ne Spitzhacke crafted? Mach' ich jetzt. Ich hatte keine Kabelstunde mehr. Ich hab' da noch mal. Ich hab' da noch mal. Ich hab' da noch mal. Seid ihr. So. Wie bist du? Ah, hier. Ja. Danke. Danke. Ich will nur nicht jetzt in die Lava fliegen. Das war Blöd. Untertitelung des ZDF, 2020